Wer wird ja immer besser im Verkauf von der Saison? 1,11. Das ist die 9. Position des Steinhaus. Wie sind wir jetzt drin? Ein gemeisterter Schweizer. Zwei Meter lang. Da mit zwei Sekunden liegt dann auch noch zehn. Schauen Sie doch mal auf die Klassierung. Wop, 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 wop! Wop, wop, wop! Wop, wop, wop! Großer Applaus!